Samsung hat im Vorfeld der IFA die Smartwatch Gear S vorgestellt. Sie besitzt ein leicht gebogenes und damit besser an den Arm angepasstes 2 Zoll Display. Die Auflösung von 360x480 Pixel hört sich erstmal gering an, geht aber für diese Displaygröße absolut in Ordnung. Bei der Displaytechnologie setzt Samsung auf AMOLED, was das Display sehr kontraststark und bei dunklen Hintergründen auch energiesparend macht. Statt auf die speziell für Wearables angepasste Android-Version Android Wear läuft die Gear S unter Samsungs selbst entwickelten mobilen Betriebssystem Tizen. Und im Gegensatz zu den bisher erschienen Smartwatches von Samsung lässt sich die Gear S dank des integrierten Mobilfunkmoduls mit Nanosim-Einschub unabhängig von einem Smartphone nutzen. Alternativ stehen WLAN und Bluetooth zur Datenübertragung zur Verfügung. Den integrierten UV-Sensor nutzt die Uhr zum Beispiel dazu, um vor zu hoher UV-Strahlung und damit vor einem Sonnenbrand zu warnen. Auch ein Barometer, also ein Luftdrucksensor, ist mit an Bord. Er lässt sich zum Beispiel zur Höhenmessung nutzen. Bedient wird die Uhr entweder per Touchscreen oder per Sprachbefehl. Der 300mAh Akku soll bei typischer Nutzung zwei Tage lang halten. Wie es sich für eine ordentliche Uhr gehört, ist die Gear S wasserdicht. Die Spezifizierung lautet 30 Minuten bei einem Meter Wassertiefe. Die Gear S soll noch in diesem Jahr in den Handel kommen. 4. 4. 5. 7. 7. 8. 9. 10. 16.